Was ist ist eine Flachdübelfräse? Eine Flachdübelfräse ist ein Werkzeug, mit dem sich schnell und präzise Nuten für Flachdübel herstellen lassen. Andere Bezeichnungen sind Lamellofräse, Nutfräse oder Formfederfräse. Wie viel kostet eine Flachdübelfräse? Die Preisspanne bei Flachdübelfräsen ist sehr breit. Die einfachsten Fräsen für Einsteiger sind für weniger als 100 Euro zu haben. Flachdübelfräsen aus dem mittleren Preissegment Ab 300 Euro sind für den semiprofessionellen Einsatz empfehlenswert. Welche Flachdübelfräse ist für einen Hobbyhandwerker empfehlenswert? Das ist von den eigenen Qualitätsansprüchen abhängig. Mit einer Flachdübelfräse für 60 bis 100 Euro kannst du Nuten fräsen. Allerdings lassen sich mit diesen Geräten selbst bei sorgfältigem Arbeiten gewisse Abweichungen kaum vermeiden. Welche Vorteile bieten Flachdübel im Vergleich zu Rundübeln? Rundübel werden schon lange als Verbindungselemente in der Holzverarbeitung eingesetzt. Im einfachsten Falle wird ein Abschnitt von einem Rundstab in passende Bohrungen eingeschlagen und verleimt. Welche Hersteller haben Flachdübelfräsen im Angebot? Im Vergleich zu anderen Werkzeugen ist das Angebot an Flachdübelfräsen relativ überschaubar. Dennoch ist es möglich, für jeden Bedarf das passende Gerät zu finden. Wo kann ich eine Flachdübelfräse kaufen? Flachdübelfräsen für Einsteiger und preisgünstige Oberfräsen werden von allen Baumärkten und Geschäften, die Heimwerker bedarf führen, sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop angeboten. Kann ich eine Flachdübelfräse auch gebraucht kaufen? Ja, das ist möglich und durchaus empfehlenswert. Wenn dein Budget begrenzt ist und du regelmäßig anspruchsvollere Arbeiten mit einer Flachdübelfräse auszuführen hast, gibt es Alternativen zum Flachdübelfräser. Es gibt verschiedene Techniken, um Bauteile aus Holz zusammenzufügen. Am einfachsten lassen sich Holzteile mithilfe von Nägeln oder Schrauben verbinden. Welches Zubehör gibt es für Flachdübelfräsen? Mit dem passenden Zubehör geht die Arbeit mit der Flachdübelfräse schneller und komfortabler von der Hand. Bei einigen Flachdübelfräsen gehören einige Dinge, die wir hier kurz vorstellen zum Lieferumfang. Welche Art der Stromversorgung steht zur Auswahl? Die meisten Flachdübelfräsen, die im Handel angeboten werden, sind mit einem 230V-Motor ausgestattet und können an jeder Steckdose ans Netz angeschlossen werden. Welche Flachdübelgrößen werden im Handel angeboten? Flachdübel gibt es in drei Größen unter den Bezeichnungen Typ 0, Typ 10 und Typ 20 zu kaufen. Sie unterscheiden sich in der Breite und Tiefe. Die Natt muss etwa breiter als der Flachdübel sein. Damit genügend Platz für den Leim ist der Dübel, quillt in der Natt etwas auf und sorgt auf diese Weise für eine sehr hohe Stabilität. Worin liegen die Vor- und Nachteile von Flachdübelfräsen für Einsteiger? Falls du nur gelegentlich in die Verlegenheit kommst, Holzteile mit Flachdübeln zu verbinden, ist der Kauf eines einfachen Flachdübelfräsers gerechtfertigt. Worin liegen die Vor- und Nachteile von Premium-Flachdübelfräsen für den professionellen Anwender? Wesentlich vielseitiger lassen sich Premium-Flachdübelfräser einsetzen. Wer eine Premium-Flachdübelfräse direkt mit einem Modell für Einsteiger vergleicht, spürt den Unterschied deutlich. Was ist eine Oberfräse und worin liegen die Vor- und Nachteile einer Oberfräse? Oberfräsen sind universell einsetzbare Fräsen. Die Oberfräse wird ähnlich wie eine Flachdübelfräse gehandhabt und ebenfalls auf das zu bearbeitende Teil aufgesetzt. In das Gerät können verschiedene Schaftfräser eingesetzt werden.